Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Quick and Right ist angesagt. Das bedeutet, ich gebe dir in aller Kürze das Wesentliche an Infos und Input, sodass du in kurzer Zeit wesentlich schlauer bist als vorher. Viel Spaß bei dieser Folge. Die Gonorrhoe wird auch Tripper genannt und ist eine der weltweit häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen mit über 100 Millionen Fälle pro Jahr. Sie betrifft hauptsächlich junge, sexuell aktive Menschen zwischen 15 und 25, kann natürlich auch danach noch auftreten und wird wie gesagt hauptsächlich sexuell übertragen. Gonorrhoe wird ausgelöst durch die Gonokokken, das sind wiederum Bakterien. Die Inkubationszeit ist relativ kurz, das heißt die Zeit, wo ich mich anstecke bis zu den ersten Symptomen, die liegt zwischen zwei und sieben Tagen. Bei Männern kommt es zu einer sogenannten Harnröhrenentzündung. Sie haben eitrigen Ausfluss, zum Teil auch Schmerzen oder auch Juckreiz. Bei Frauen hingegen ist das Ganze etwas unspezifischer oder sogar ganz asymptomatisch. Bedeutet, Frau kann auch gar nichts spüren. Meistens sind die Symptome sehr unspezifisch und auf den ganzen vaginalen und Genitaltrakt beschränkt. Sprich, ich habe eine Rötung, ich habe Schmerzen, ich habe veränderten Ausfluss. Beide Geschlechter sind ungefähr gleich häufig betroffen. Und Gonokokken können auch bei Oral- oder Analverkehr übertragen werden und auch entsprechende Symptome machen. Die Diagnostik funktioniert unter Mikroskop oder kulturell, das heißt, man weist einfach diese Gonokokken nach. Und die Therapie, dadurch, dass es Bakterien sind, sind auch logisch, man geht antibiotisch vor. Unbehandelt führt so eine Gonokokken-Infektion im schlimmsten Falle sogar zur Unfruchtbarkeit oder zu einer Blutvergiftung. Wichtiger als die Therapie ist demnach auch die Prävention, also das Vorsorgen. Das Kondom oder Femidom oder auch Lecktücher spielt natürlich dabei eine riesige Rolle. Solltest du dich mit Gonorrhoe infiziert haben, ist es auch ganz wichtig, dass du deine Sexualpartner, Partnerinnen informierst. Das ist jetzt nicht der allerangenehmste Anruf, ist klar, aber es ist unglaublich wichtig, um einfach die Mitmenschen zu schützen vor einer schweren Erkrankung. Sollte dir dieses Quick and Write gefallen haben, lass es mich doch durch ein Abo wissen oder ein Like oder auch ein Kommentar. Welches Thema interessiert dich noch? Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.